Lass deine Ohren bergen auf die Stimmen meines Kindes. So du bist, Herr, so du bist, Herr, Sündes, Sündes, Sündes zu rechten, Herr, Herr, wir wir verstehen, wir wir verstehen. Lass deine Ohren bergen auf die Stimmen meines Kindes, Sündes, 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 Sündes. Lass deine Ohren bergen auf die Stimmen meines Kindes. Lass deine Ohren bergen auf die Stimmen meines Kindes. Lass deine Ohren bergen auf die Stimmen meines Kindes. Lass deine Ohren bergen auf die Stimmen meines Kindes. Lass deine Ohren bergen auf die Stimmen meines Kindes. Lass deine Ohren bergen auf die Stimmen meines Kindes. Lass deine Ohren bergen auf die Stimmen meines Kindes. Lass deine Ohren bergen auf die Stimmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Möge dieser Abend zum Bube Gottes und zu unserer Erbauung gewesen sein. Das heißt, in Ihrer Kraft stand, wir haben uns dazu gedanken. Und dafür möchten wir Ihnen, den Solisten, Ihnen, den Chor und vor allem dem Herrn Kirchenmusikdirektor Pesch, der die Leitung dieses Abends heute ganz herzlich danken.